jetzt geht es ja bald wieder rund hier im dschungel camp der einzug ins dschungel camp steht ja schon fast in der tür und ich überlege was nämlich alles jetzt mit hier im dschungel hier also das wäre vielleicht auch was gutes hier da können wir ein bisschen was machen was er so aus dem see raus holen und muss aufpassen was man alles also mitnehmen darf gehen zum camp da und die kommen wir wieder hier mit dem ganzen schleimzeug mit dem made und den ganze ekelhafte kram damit ihre ekel prüfungen da und man darf nicht alles damit einnehmen ins dschungel camp ich gucke noch ein bisschen was ich da alles einpacken soll will und ich hoffe dass ich das dann auch alles ins dschungel camp mit reinnehmen darf und ich sage euch dann bescheid und dann gucken wir was da alles los ist im dschungel camp hier bis dann dschungel camp 2017 let's go